Und das ist sie, ihre 18208. So sieht sie also aus, die schnellste Dampflok der Welt in glänzendem Rot mit weißem Zierstreifen. Die nächsten acht Jahre wird sie unter der Flagge von Dampf Plus durch die Lande rollen. Dazu nachher mehr in den Bahn News. 18201 steht wieder unter Dampf. Dazu erstmal herzliche Gratulation, Herr Goldschek. Was darf man denn erwarten? Wo wird sie fahren? Wie oft wird sie fahren? Sie wird sehr oft fahren. Wir wollen also in den nächsten Wochen schauen, dass sie an jedem Wochenende unterwegs ist. Und der genaue Plan, wo sie fahren wird, wird in den nächsten Tagen festgelegt. Das sind auf alle Fälle gute Aussichten. Die allerersten Fahrszenen der 18201 in neuer Fahrabgebung haben wir für sie festgehalten. Jetzt in unseren Bahn News. Nürnberg am 1. Mai 2002. 18201 steht mit einem Sonderzug nach Wien zur Abfahrt bereit. Ist es nun verkehrsrot oder? Die Diskussion um die neue Farbe ist unter Eisenbahnfreunden gerade erst entbrannt. Der Führerstand ist Gott sei Dank in schwarz geblieben. Abfahrauftrag für die erste Fahrt in neuer Fahrbgebung. Der Führerstand ist Gott sei Dank in schwarz geblieben. Der Führerstand ist Gott sei Dank in schwarz geblieben. Die Geschichte der legendären Schnellfahr-Lok wurde schon oft erzählt. 1997 endete sie abrupt mit Fristablauf. Eine Wiederinbetriebnahme seitens der Bahn war nicht mehr vorgesehen. Erst mit Dampfplus kam wieder Bewegung in die großen Räder. Das junge Unternehmen ließ in Meiningen die Maschine wieder fit machen. Mit im Boot ist der Modellbahnhersteller Roko, der nicht nur die neue Farbe spendierte. Analog zum Übernahmevertrag von 01310 sind nun die nächsten acht Jahre das Dampfplus-Dreier-Gespann, Uwe Knoblauch, Axel Zwingenberger und Christian Goldschack Besitzer der Schnellfahr-Lok. Bei Parsberg dampft er jetzt rote Renner über die Gleise. Die Gleise der Schnellfahr-Lok. Wir sind im Plan. Tempo 120 sind es jetzt. 18201 ist noch immer für 180 Kilometer in der Stunde zugelassen. Also Wummel-Tempo für die Schnellfahrlock. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.